Also lautet der Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Das habe ich mir mittlerweile zu meinem Lebensmotto gemacht. Und ganz in diesem Sinne wollen wir Ihnen bis Ende September die Möglichkeit geben, unser CAD-FEM E-Learning kennenzulernen. Und zwar mit einem Einblick in eines unserer besten Seminare, das Strukturdynamik-Seminar mit Uli Stelzmann haben wir uns da ausgesucht. Der Uli Stelzmann zeigt Ihnen da, wie die Dynamik richtig geht. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Und Sie lernen da, wie die Akustik von einer Radialkolbenpumpe der Firma HAWE verbessert wird. Spannendes Beispiel, wir haben da auch ein Interview mit dem Simulationsleiter von der Firma HAWE mit dabei, der Ihnen zeigt, wie das dann auch in der Praxis umgesetzt worden ist. Und jetzt sagen Sie vielleicht, ja das klingt schon spannend, aber da habe ich keine Zeit dafür, weil der Stress im Alltag, der holt mich da ein. Aber ich denke, genau darum geht es. Dafür haben Sie Zeit, denn Sie machen das, wann Sie wollen und wo Sie wollen. Weil es halt E-Learning ist. In einer ruhigen Stunde am Abend, wenn der Stress vorbeigeht irgendwo auf der Couch oder per Smartphone auf dem Weg zur Arbeit im Zug, ist das ganz egal. Lernen Sie was Neues mit diesem Modul und vor allem haben Sie Spaß daran, denn das CAD für E-Learning ist spannend, es ist kompakt, es ist informativ und es ist von hoher Qualität. Also auf geht's, tragen Sie sich ein, holen Sie sich diesen Gratiseinblick und entwickeln Sie sich weiter in Zeiten von Veränderungen.